Sag mal, wo ist denn endlich der Bus? Ist verkauft. Wie verkauft? Alter, wie hätte ich sonst den neuen Verstärker kaufen sollen? Mit dem alten hätten wir es abends sofort einpacken können. Super, dann muss ja jetzt noch das Publikum hierher kommen und dann legen wir los. Jetzt kommen die mal nicht aufs Hemd. Ich habe den Bus an Fabio verkauft. An Fabio? Sag mal, kann der überhaupt Auto fahren? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Können wir mal jemand mit meinem Verstärker helfen? Mit dem Praktikant oder was? Max, der Bus, ey. Was für eine Feuerschüssel. Was für eine Scheißseite, ihn zu beladen. Sag mal, sind wir hier beim Treffen anonymen Jammerlappen oder was?